ja servus moritz hier von matchreport ich zeige euch heute mal kurz wie man unsere ergebnisliste benutzt die wir auf matchreport.de gebastelt haben ihr braucht dafür eigentlich nur eine internetverbindung und ein handy in dem fall meins dann entsperrt ihr das iphone ignoriert die ganzen unwichtigen benachrichtigungen und geht auf matchreport.de hoffentlich ist eure internetverbindung schnell genug hashtag neuland ja und das ist eigentlich schon die ganze magie hier sind so ziemlich alle teams aus der region sämtlicher sportarten aufgeführt oben gibt es eine suchfunktion wo ihr nach parameter suchen könnt vereinsname sportart geschlecht und sowas hinter dem grünen plus gibt es einen direkten link zur ergebnisschnittstelle der mannschaft ziemlich praktisch eigentlich wenn man bei einer freundin oder dem freund das spiel anschauen will und keinen plan hat wo man die ansetzungen findet oder man will mal eben kurz die ergebnisse checken ganz unten auf der seite haben wir noch ein formular angerichtet in dem ihr uns fehlende mannschaften schicken könnt einfach kurz eintragen absenden und wir kümmern uns drum ja das ist eigentlich die ergebnisliste bei matchreport.de